Hallo Leute, willkommen zurück zu einer guten Folge von Dead Space, das Remake, weiter geht's, weiter geht's, den nächsten Tod, hier ist eine Leiche, ich muss umleiten, das schreckt mich nicht so, ich bin halt auch so schreckhaft, die ganze Zeit bin ich schreckhaft. Dann fahren wir wieder auf, auf wie auf den Berg. Warum fahrt er so lang? Was ist denn scheiße? Au! Nimm das! Danke! Ich habe wieder nicht gewusst, wie man hin, äh, das macht. Ein Stomp. Sicherheitsfrage über der Stufe 3 erforderlich. Ist wieder runter? Warum denn? Ich habe länger nicht gespielt, verzeiht mir. Das ist meine Unwissenheit. Das wäre wieder besser, wenn ich so 10, 20 Minuten gespielt habe. Was war das? Das muss jetzt eigentlich dies. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master Sicherheitsüberbruchung erforderlich. Jo, jo, dat. Das, äh, war nicht gut. Hat mir wirklich gar nicht gefallen. Oh, oh. Da hängt ein Feuch an mir. Ja. 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 Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verziehe mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen überlegenern aufgebrochen. Ich werde auch dort hingehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Also bin ich aber gespannt. Bist du deppert? Was weiß jetzt eigentlich dies? Ähm. Haltung. Ich habe jetzt mehr Platz. Ich finde das irgendwie toll. Ähm. 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 Wenn ich nicht was, wo ich Munition habe. Das bringt mir nichts, wenn ich was habe, wo ich keine Munition habe. Dann habe ich oben. Okay, passt. Ja gut. Noch mal Medi. Immer gut. Immer gut. Im Speichern. Im Speichern. Die Bitte. Ich bin вот beide 세번. Im Speichern. Aber gerade ist mein Bein. Eines der Handlung. Der Wasserübertragung an AAS-Kanonen übertragen. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind wieder online. Ja. Warte. Automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht gefunden? Scheiße. Keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß der Runde regnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Herrgott. Ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nein. Weiß ich nicht. Ja. Ich krieg hier viel Muni. Das macht mir mal Angst. Gut. Gut. Okay, raus geht's anscheinend. Wie lautet der Plan? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Schick. Ich brauche sofort die Sicherheit. Sie. Ganz krümmt. Weiß um Himmelssee. Gehen Sie von der Steuerung weg. Schick. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Käpt'n Assias ist tot. Der Käpt'n ist tot. Du bist im Sicherheitsleben ist tot. Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Schick? Diese fanatischen Odithologen? Eckert hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann wird es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EG7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein! Nein! White! Sie sind tot, so Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Okay. Kontertönt mich aus, Kind. Ein für den Akku. Super. Schwere Losigkeit aktiviert. Fliegen. Okay. Okay. Oh. Was ich da hin? Nee. Oh. Wo ist denn hin? Hier war es noch nichts. Ich kann mich auch füllen da rein. Nee, ich muss draus machen, ich weiß nicht was. Geiße. Ich habe gewusst, ich muss hierher. Wie ist denn da? Wie? Ach, leckt mich doch am Arsch. Das kann schwer werden. Das gefällt mir nicht. Eintritt im Vakuum. Schwere Losigkeit aktiviert. Hier habe ich Sachen, die können wenigstens. Asteroiden muss ich dafür zerstören? Welche Asteroiden, Junge? Was muss ich denn zerstören? Asteroiden? Seht ihr? Welche Asteroiden, Junge? Er will die halten zum Ziel. Ach so, ich habe da keine Ahnung was ich machen muss. Aber das muss ich alle. Oh Scheiße. Das System wird synchronisiert. Achtung, Höllenintegrität erreicht kritischen Wert. So. Ach. 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 ich kann steuern ich bin schon wieder zu blöd für irgendwas bei den welchen Asteroiden muss ich zerstören ich habe schon wieder nicht aufgepasst Einfluss im Vakuum Scherelosigkeit aktiviert Zählsystem wird synchronisiert Ich bin ein bisschen überfordert äh 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 okay äh 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 kalibrierung abgeschlossen automatische Zielerfassung online okay ich hab's zumindest äh äh kapiert das ist schon mein Vorteil Zählsystem wird synchronisiert Achtung Höllenintegrität erreicht kritischen Wert Ja ich war jetzt äh am Anfang blöd äh ich hab'sicher mal von 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 Der System wird synchronisiert. Ach. Er weckt. Ich fang auch da noch. Wir sterben. Wo ist denn hin? Bin ich sterben? Junge, Junge. Hände des Vakums. Okay, dann gleich mal speichern. Das war auch nicht mehr der Hohenbeglecker gerade, oder Leute? Okay. Okay. Die Kinder kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ja, ich melde mich. Gut. Das ist doch schön, dass man in die feuchte Richtung schaut. Da war ich schon drin. Da müssen wir nicht wieder hin. Das ist freiwillig. Das ist freiwillig. Das ist freiwillig. Da ist irgendwo was gerade ausgeschlüpft hinter mir oder so. Ihr scheiß Viecher, Alter. Ich bin gleich tot. Und ich hab nichts zu heilen. Jui 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 Was ist das? Was ist denn nach hinten? Ja, haben wir da eigentlich irgendwas? Da unten was im Speichern? Was ist denn da runter? Hopp! Oh, Heilung, Heilung! Oh! Das tut gut, Leute! Das tut echt gut! Ich habe jetzt was weggeschmissen, wenn ich nicht aufpasst habe. Juh, die muss dann nach hinten. Da ist aber noch was. Und da ist ein Store. Boah! Ich hätte zumindest Heilung kaufen. Okay, wir haben eure Sachen, die man kaufen kann. Was ist jetzt das? Äh... Okay, äh... Heilung. Ach, kostet zwar jetzt einiges, aber... Das muss sein. Jetzt bin ich schneller tot, also ich bis 3 zählen kann wahrscheinlich. Oh, da müssen wir zwar nach hinten, aber da können wir mal rein. Da ist ja was drin. Da ist ja was drin. Auf jeden Fall ist ja was drin. Also, wir haben jetzt eine Gunde, um... Also, viele haben wir nicht. Das ist ja was drin. Um... Ja, das ist ja... Gehen wir da raus. Okay, danke, sehr flussend. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin, zur Krankenversation. So, wo müssen wir hin? So, wo müssen wir hin? Da können wir hin. Jetzt speichere ich und sage, ich bin da hin. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen ruhiger. Ich habe ein bisschen Halsweh und es war auch sehr spannend. Ja, wenn ihr wollt... Sehr geht's gut. Das ist nur Fleischwunder. Wenn ihr wollt... Ich bin gerade ein bisschen neugierig. Wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge, Leute. Von Dead Space. Oder alle anderen Sachen, die wir gerade am Kanal haben. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis demnächst, wenn ihr wollt. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020